Heute sprechen wir über die wichtigsten Grundlagen zum Thema Kapitalanlageimmobilien. Unser Gast ist Jerit Wendtorp, Manager für Kapitalanlageimmobilien bei der BAP Capital GmbH. Herr Wendtorp, herzlich willkommen beim Business Talk am Kodam. Schön, dass Sie heute da sind und Zeit haben für unser Interview. Freue mich. Danke für die Einladung. Herr Wendtorp, Sie unterstützen Menschen bei der Suche und auch bei der Auswahl nach einer passenden Immobilie als Kapitalanlage. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, in Immobilien als Kapitalanlage zu investieren? Man unterscheidet zwei Arten von Anlegern. Das ist einmal der Investor, der beschäftigt sich wirklich komplett mit der Immobilie, hat die Immobilie zum Beruf gemacht. Der sucht sich die Immobilie selbst, der hat ein eigenes, tiefes und breites Netzwerk in der Immobilie. Der macht auch Aufwertungsaufgaben selbst, Renovierung, Sanierung. Und dann gibt es den klassischen Anleger, der in der Regel nicht das Know-how und die Erfahrung hat wie ein Investor. Den unterstützen wir komplett dabei, Schritt für Schritt. Und Arten von Immobilien, wo man rein investieren kann, ist die Pflegeimmobilie, die Bestandsimmobilie, Neubau, denkmalgeschützte Immobilien. Das sind Arten, in die man investieren kann. Wir konzentrieren uns rein auf die Bestandsimmobilie, weil die wirklich die breite Masse trifft. Hat das Interesse an einer Kapitalanlage, also als Immobilie, zugenommen in den letzten Jahren? Auf jeden Fall, weil das Thema Kapitalanlageimmobilie auch in den Medien immer präsenter wird. Wenn man Deutschland mal so ein bisschen vergleicht mit anderen Ländern, dann ist es so, dass unsere Eigentumsquote immer noch relativ gering ist. Sind Kapitalanlageimmobilien dann nicht eher etwas für, wie Sie gerade gesagt haben, klassische Investoren, für Leute mit viel Geld, die sich da richtig gut auskönnen? Oder ist es auch für, ich sag mal, Normalverdiener eine spannende Altersvorsorge, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ich kann mir vorstellen, dass es für Personen, die noch nicht so viel damit zu tun haben, doch ein relativ großer Batzen an Informationen ist. Wo kriege ich einen Kredit her? Wie zahle ich die Zinsen ab? Habe ich eine tolle Immobilie gefunden? Lässt sich das adaptieren auf die normalen Verdiener? Leider ist das wahr, was Sie gesagt haben. Also die Wohneigentumsquote in Deutschland ist mit 50,4 Prozent, laut Statista, sehr, sehr gering. Da haben wir den vorletzten Platz vor der Schweiz tatsächlich. Wirklich? Die Schweiz ist noch hinter uns? Genau, die Schweiz ist noch hinter uns. Aber eine Spielwiese für Millionäre oder für Großverdiener, Großinvestoren ist es? Nein, definitiv nicht. Auch der Normalverdiener kann sich eine Immobilie von der Bank fremdfinanzieren lassen, mit einem durchschnittlichen Einkommen, 2.000, 2.500 Euro netto, kann sich diese Person eine Immobilie als Kapitalanlage leisten und es ist eine hervorragende Ergänzung zur Altersvorsorge oder zum Vermögensaufbau. Dann gleich mal die nächste Frage hinterher. Welche Kriterien muss denn eine Immobilie erfüllen, um für mich als Kapitalanlage zu fungieren? Ganz wichtig ist, oder der wichtigste Punkt ist die Lage. Da kennt man bestimmt den Spruch, Lage, Lage, Lage. Genau, so ist es. Und dort ist halt wichtig zu sehen, wie entwickelt sich die Lage in den nächsten 15, 20 oder 25 Jahren. Also was passiert dort an dem Standort? Dann bleiben wir mal bei der Lage. Gilt es noch, dass man sich hauptsächlich auf die größeren Metropolen konzentrieren sollte, wie Berlin, Hamburg, München, Frankfurt oder so weiter? Oder sind auch so kleinere Städte mittlerweile auch ein ganz spannendes Thema? Oder vielleicht sogar das Land? Die großen Städte, wie Sie gerade gesagt haben, werden immer uninteressanter anhand der Preise, weil es ist schwer in Standorte zu investieren, wo wir schon 15, 16, sogar fast bis 20 Euro Miete pro Quadratmeter haben. Da ist es schwer, eine Wohnung noch zu entwickeln oder auch Mietpreise zu entwickeln. Von daher werden die Metropolregionen, die Speckgürtelbereiche werden immer interessanter für Investoren und Anleger. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, gerade in den Metropolen und natürlich auch in Berlin. Wir waren jahrelang hinterher, wir haben ordentlich aufgeholt, steigen die Preise immer weiter, immer weiter. Ich glaube, früher war es mal so ein Faktor der Jahresmiete von 20, so eine magische Grenze. Mittlerweile sind wir ja bei 30 oder auch Faktor 40. Lohnt sich das überhaupt noch generell, in den Metropolen zu investieren zu diesen Preisen, die wir gerade haben? Das kommt ganz auf den Anleger drauf an. Also wir empfehlen unseren Anlegern Metropolregionen, C oder B oder C Lagen, wo wir Preise von 4 bis 8 Euro pro Quadratmeter Miete noch haben, die Entwicklung haben. Das sind Standorte wie Wiesbaden, Dortmund, Leipzig, Oberhausen, Essen. Also jetzt nicht die A Lagen, nicht Hamburg, Frankfurt, München, die Klassiker, die man kennt, sondern wirklich Städte, wo halt noch Luft nach oben ist. Wo lassen sich denn heutzutage noch Objekte finden, wo zum einen die Preise, aber natürlich auch die Erträge so lukrativ sind, dass man da wirklich guten Gewissens investieren kann? Die Antwort ist eine ähnliche, die ich gerade schon gegeben habe. Das sind Metropolregionen, B-Lagen, C-Lagen, sprich Bereiche oder Regionen, die naheliegend an große, große Städte sind. Dort ist Entwicklungspotenzial in den Mietpreisen, wo einfach Luft nach oben noch ist. Das ist für Kapitalanleger, Mandanten, wie wir sie haben, sind das sehr interessante Standorte. Und würden Sie das an ganz bestimmten Regionen festmachen oder kann man das eigentlich deutschlandweit adaptieren? Also klar kann man deutschlandweit adaptieren, aber natürlich, wenn man Deutschland eingrenzt, sind dort bestimmte Regionen natürlich interessant. Wenn wir jetzt auch mal den Blick werfen auf eine Bewertung von einer Immobilie, das ist ja nicht ganz so einfach. Wie unterstützen Sie denn Ihre Kunden dabei, um die richtigen Objekte herauszufinden? Nicht nur generell, sondern natürlich maßgeschneidert und individuell für den jeweiligen Kunden, für die jeweilige Kundin, die zu Ihnen kommt. Genau, also absolut richtig. Jeder Kunde ist da anders. Jeder Kunde hat andere Vorstellungen, was er möchte, andere Ziele. Die bereiten wir natürlich mit ihm auf und dann gehen wir zusammen mit Spezialisten ins Gespräch. Diese Spezialisten sind seit über 20 Jahren am Kapitalmarkt, am Immobilienmarkt. Und diese kümmern sich dann mit dem Kunden zusammen um die Renovierung, um die Sanierung, besprechen mit dem Kunden das, sodass der Kunde komplett sorglos einfach unterwegs ist. Wenn ich jetzt jemand bin, der mit diesem Thema noch gar keine Berührung hatte und ich komme zu Ihnen, Herr Wendtow, Mensch, ich habe ein bisschen Geld übrig gespart, ich möchte das investieren. Können Sie uns einmal so ein klein wenig den Prozess erklären, uns teilhaben lassen, wie die Abläufe sind? Das heißt, ich komme ganz unbedarft zu Ihnen. Wie geht es dann weiter? Was sind die nächsten Schritte und wie lange begleiten Sie mich? Also ich begleite Sie von Anfang bis Ende und wir analysieren einfach, was genau Sie vorhaben mit Ihrem Geld. Das muss natürlich auch zu Ihnen passen. Ich kann natürlich schlecht alles so machen, wie ich es gerne möchte. Das muss man einfach mit dem Mandanten absprechen. Worauf hat der Mandant auch Lust? Womit fühlt er sich wohl? Ganz wichtiger Punkt. Und für uns ist es auch wichtig, dass der Mandant versteht, was da gemacht wird mit seinem Geld. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Prima. Herr Wendtow, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen das Interview zu führen. Danke mir auch. Und ja, dann hoffe ich, dass wir die Eigentumsquote in Deutschland noch etwas nach oben schrauben können. Hoffentlich. Dankeschön. Danke.